Die zuletzt veröffentlichten ORF-Gehälter hat er als geradezu obszön bezeichnet. Heute ist FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl erstmals bei uns im Studio zu Gast. Grüß Gott und herzlich willkommen. Grüß Gott und danke für die Einladung. Herr Klubobmann, dann beginnen wir gleich. Der ORF muss am Wochenende jene Gehälter von Mitarbeitern offenlegen, die mehr als 170.000 Euro jährlich verdienen. Gibt es auf der Liste irgendjemanden, wo Sie sagen, ja, der hat das Geld verdient? Ich glaube, man muss die Debatte ein bisschen anders angehen. Das, was wir jetzt gesehen haben mit dieser Liste, wo, glaube ich, über 60 Personen ein Jahresgehalt von über 170.000 Euro haben, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Das, was wir hier sehen, das sind die Gehälter. Jetzt möchte ich wissen, was haben diese Herrschaften noch als Spesen zum Beispiel? Wer von den Herrschaften hat noch ein Dienstfahrzeug? Was steht in den Verträgen drinnen, vielleicht an Sonderpensionen und ähnliches? Also da gibt es noch eine ganze Fülle bei denjenigen, die jetzt veröffentlicht worden sind. Das Zweite, glaube ich, was man berücksichtigen muss, ist, dass einige prominente ORFler auf dieser Liste fehlen. Einfach deshalb, wenn man nach hinten geschaut hat, aber in der Zwischenzeit von Seiten vor allem der ÖVP hier ganz prominente parteipolitische Einfärbungen in der Chefredaktion vorgenommen worden sind. Also drei schwarze Chefredakteure, die da jetzt auch in diese Gehaltsklasse fallen, die sich da drinnen aber nicht finden. Und dann fehlt noch der gesamte Bereich von ORF Enterprise und also alles das, wo man sozusagen die ORF Stars, die man aus dem Fernsehen kennt, das ist egal, ob das jetzt die Stöckels oder Armin Assinger und ähnliche Leute sind, wo ich auch gerne wissen würde, wie hoch die Gehälter dort sind, die bezahlt werden. Und zu Ihrer Frage, das Ganze ist ein systemisches Problem, das der ORF hat. Diese Gehälter, die sind entstanden, weil ein rot-schwarzes System über Jahrzehnte die Finanzierungsgarantie mit zuerst diesen Zwangsgebühren und jetzt mit der Haushaltsabgabe hat. Das heißt, der ORF hat dieses Geld zur Verfügung, sonst könnte er das ja nicht zahlen, hat also quasi ganz gesicherte Einnahmen, die die Leute zahlen müssen, ob sie es wollen oder nicht, und tut dann aber bei den Gehältern so, als würde er hier tolle Gehälter auszahlen für ein Unternehmen, das quasi erfolgreich sein muss am freien Markt. Da lasse ich mir das einreden. Wenn jemand sich gegen die Konkurrenz durchsetzt und gute Quoten macht und ähnliches, dann kann man solche Gehälter zahlen. Aber nicht dort, wo es wurscht ist, ob 1.000 Leute zuschauen oder 10.000 oder 50.000, weil die Finanzierung durch ein politisches System immer gegeben ist. Und die FPÖ war die einzige Partei, die das immer bekämpft hat. Wir haben auch in der Regierungszeit mit der ÖVP hier einen Anlauf genommen, diese Finanzierung des ORF auf komplett neue Beine zu stellen, den ORF quasi total neu zu gründen. Das heißt also auch, dass diese ganzen Altverträge dann nicht mehr existent sind, bescheiden aus dem Budget zu finanzieren und damit Schluss zu machen mit diesem Privilegienstab. Die ÖVP hat es nicht gewollt. Hören Sie Robert Krabtke eigentlich gerne auf Ö3? Also ich höre ehrlich gesagt 886. Ich würde jetzt für niemanden Werbung machen, weil vielleicht fühlt sich dann jemand instrumentalisiert. Aber das ist die Musik, die mir mehr liegt. Und das, was da teilweise von den Moderatoren so ein Smalltalk fabriziert wird, das ist etwas, da höre ich sehr gerne weg. Das ist dann wurscht, ob das bei 886 oder ob das bei Ö3 oder sonst wo ist. Aber Ö3 ist bei mir sehr, sehr selten zu hören. Wo liegt für Sie eigentlich die Grenze eines Spitzengehalts im ORF? Ich glaube, das muss man sich anschauen auf Basis dessen, was der ORF zu erfüllen hat. Das, was hier gemacht wird, ich weiß nicht, diese 60 Leute und wahrscheinlich noch mehr, weil wir einige gar nicht kennen, sie würden mehr verdienen als ein Minister. Das geht einfach nicht. Man wird bei einer solchen Gesamtreform des ORF erstens einmal die Gebührenzahler, die Zwangsgebührenzahler oder die Zwangshaushaltsgebührenzahler, die wird man entlasten müssen. Das gehört weg. Dann gehört der Auftrag des ORF redimensioniert. Was hat ein öffentlich-rechtlicher zu tun? Und das, was die Privaten machen, das sollen die Privaten können. Ja, das kann nicht sein, dass ich diese fixe Finanzierung habe, dann habe ich noch einen großen Teil vom Werbekuchen obendrauf. Und das endet dann da, dass man sagt, ich habe eine volle Schatule und dann lebe ich aus dem Vollen wie die Maden im Speck. Das geht nicht. Und dann, auf dieser neuen Basis, glaube ich, braucht es einfach ein Gehaltspyramidensystem. Wahrscheinlich ähnlich, wie wir es in der Politik haben. Ich glaube, wir brauchen auch keine Nebenverdienste. Das ist gar nicht notwendig. Wenn jemand beim ORF arbeiten will, dann muss er wissen, er hat hier eine gewisse Sicherheit. Aber dafür gibt es halt andere Privilegien nicht. Bei den Privaten ist es genau umgekehrt. Aber man kann nicht die Vorteile aus beiden Systemen ziehen. Das ist das, was jetzt gemacht wird. Das ist unanständig. Und wenn Sie draußen auf der Straße die Leute fragen, ja, dann schlägt ihnen die berechtigte Wut ins Gesicht. Das heißt Stopp für alle Nebenbeschäftigten. Ja, Stopp für Nebenbeschäftigungen. Ich verstehe auch nicht, warum man Erfolgshonorare auszahlt. Was soll denn der Erfolg sein? Bei einem Sender, wo es vollkommen wurscht ist, wie viele Leute zuschauen, weil die Haushaltsgebühr sowieso immer die gleiche ist. Wofür zahlt man da Erfolgshonorare aus? Ja, also das gehört runterdimensioniert, aber noch viel besser. Und das ist ja auch etwas, was wir anbieten für die Nationalratswahl, wenn wir entsprechend gestärkt aus dieser Wahl hervorgehen, dass wir diese Haushaltsgebühr überhaupt komplett abschaffen, den ORF de facto neu gründen, eine auf den wesentlichen Kernauftrag reduzierte, durchaus langfristige Finanzierung aus dem Budget sicherstellen. Und dann hört sich das alles auf. Sie haben die Nebenbeschäftigungen der ORF-Kranten angesprochen, die Sie gerne abschaffen wollen. Ihnen wurde unlängst im Parlament vorgeworfen, Sie würden einen flotten Zehner nebenbei verdienen. Verdienen Sie noch etwas nebenbei? Nein, das ist ja verboten. Der Herr Kucher kennt es ja nicht aus. Vielleicht verdient man in der SPÖ noch etwas nebenbei. Als Klubobmann hat man ein Berufsverbot. Das heißt, Sie nehmen Ihr Gehalt im Parlament und das war's? Es gibt das, was in der Gehaltspyramide für den Klubobmann festgeschrieben ist. Alles andere wäre ungesetzlich. Selbstverständlich gibt es da keinen Cent. Weil das dem General Stocker gestern in der Zeit im Bild nicht eingefallen ist, bekommen Sie von der FPÖ noch ein Entgelt? Nein. Auch nicht? Nein. Ich habe ein Berufsverbot. Und Sie halten sich daran? Natürlich halte ich mich daran. Aber es ist interessant, dass die ÖVP hier Mutmaßungen anstellt. Ich möchte gar nicht wissen, wie das dort ist. Sollten wir vielleicht einmal genauer nachschauen. Sie haben auch die neue ORF-Haushaltsabgabe angesprochen. Haben Sie die schon einbezahlt? Nein. Sie haben noch nicht bezahlt? Nein. Weil? Ich lasse mir Zeit. Ich versuche das jetzt einmal hinauszuzögern. Ich schaue es mir ja auch nicht an. Das muss ich ja sagen. Und ich habe ja vor, mit den Österreichern eine Veränderung des politischen Systems insgesamt zustande zu bringen. Das heißt also auch eine andere Interpretation von dem, was öffentlich-rechtlich heißt. Eine echte Entpolitisierung, eine Reduktion auf den Kernauftrag. Und nehmen wir den ORF als Bühne, sage ich einmal, für Möchtegern-Politiker, die allesamt eines verbindet, nämlich gegen die FPÖ zu sein, diese Bühne zu bieten. Das weiß doch jeder, der sich das anschaut. Und was glauben Sie, was ich da jeden Tag an Post bekomme, wo sich die Leute aufregen, über diese politische Schlagseite, die es da im ORF gibt. Mit der Nichtbezahlung der Haushaltsabgabe verstoßen Sie aber gegen ein Bundesgesetz. Jetzt muss man mich zuerst einmal mahnen und dann werden wir mal schauen, wie wir da auch entsprechend diese Dinge beeinsprechen. Und Sie wissen ja, dass einige schon versucht haben hier oder durchaus gerade versuchen, den VfGH in diesem Zusammenhang ins Spiel zu bringen. Und ich bin im Übrigen auch der Meinung, dass diese Abgabe nicht verfassungskonform ist. Halten Sie die Nachrichten im ORF für objektiv? Wie gesagt, ich schaue es mir eigentlich nicht an, aber ich bemerke erstens, wenn ich dort bin, dass einem dort der Wind ordentlich entgegenbläst. Also ich glaube, als Freiheitlicher hat man dort einen besonders schweren Stand. Das nehmen die Menschen auch so wahr. Das ist dasjenige, was ich auch an Rückmeldungen bekomme. Also Objektivität sieht anders aus. Und wir können ja ein Stück weggehen von der Politik. Nehmen wir Corona her. Die Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Senders wäre es ja eigentlich, das Spektrum aller Meinungen, das insgesamt, also quasi 360 Grad. Der ORF würde sagen, auch entsprechend zu repräsentieren und nicht nur einen kleinen Ausschnitt davon. Und das könnte man, glaube ich, sehr, sehr schnell in einer empirischen Studie erheben, dass man der ORF das behauptet, dass das glatte Fake News sind. Jetzt gab es vergangene Woche eine sogenannte Chat-Affäre um den Vorturner des ORF, Philipp Jelinek. Er muss jetzt derzeit pausieren, weil überprüft wird, ob eine ungebührliche Nähe zur freiheitlichen Partei zu ihrem ehemaligen Parteivorsitzenden Heinz-Christian Strache hat. Ist er Ihrer Meinung nach für den ORF noch tragbar? Also ich finde es unglaublich unanständig, mit welcher, mit welchen Doppelmaßstäben und Doppelstandards hier gearbeitet wird. Also ich kann mir zum Beispiel erinnern, da war ich noch Generalsekretär, glaube ich, dass ein gewisser Tarek Leitner, der immerhin mit den Nachrichten etwas zu tun hat, der, glaube ich, Enkermain in der ZIB1 gewesen ist, mit dem damaligen SPÖ-Parteivorsitzenden auf Urlaub gefahren ist. Das hat jeder gewusst und er hat diese Nachrichten weiter moderiert. Und jetzt regt man sich bei jemandem auf, der eine Turnstunde macht, die bei einem bestimmten Teil des Publikums, ich bin noch nicht in diesem Alter, aber ich habe gehört, dass ältere Herrschaften das ganz angenehm finden und da halt gerne zuschauen. Und da macht man jetzt ein politisches Drama draus. Und die Verlogenheit besteht ja darin, nehmen wir die jüngsten Postenbesetzungen her im ORF, die drei Chefredakteure, ja, alle drei aus dem Biotop der ÖVP. Ja, glauben Sie, dass es da keine Absprachen gegeben hat? Glauben Sie, dass diese Ausschreibungen nicht genauso zusammengezimmert wurden? Schauen Sie sich die ganze Führungsriege an. An der Spitze der Herr Weismann, ja, ein Mann der ÖVP Niederösterreich, der war vorher im Büro vom Herrn Grasl. Das ist der Nächste von der ÖVP Niederösterreich. Das ist der, der dann diesen Motorbootunfall in Kärnten hatte, wo ihm sehr hilfreich zugute gekommen ist, dass er den Herrn Sobotka, das ist der Nächste von der ÖVP Niederösterreich als Innenminister, gekannt hat. Das ist die ÖVP Niederösterreich. Der Herr Weismann ist der Verbindungsmann zum Herrn Fleischmann. Das ist die nächste ÖVP-Steuerungs- und Stabsstelle, die über den Herrn Fleischmann und den Herrn Weismann in den ORF hineinregiert. Und jetzt haben wir drei Chefredakteure, die alle wiederum aus dem Biotop der ÖVP kommen. Und wenn Sie die Chefredakteure, Stellvertreter anschauen, haben Sie das Gleiche noch einmal. Und zusätzlich zu dem gibt es dann noch ein paar Altbestände, so wie einen Armin Wolf zum Beispiel, der offenbar vom Herrn Wrabetz rot zugesichert bekommen hat, dass ein stellvertretender Chefredakteur auf Lebenszeit ist. Jetzt haben wir drei Chefredakteure und vier Stellvertreter. Der vierte ist derjenige, der vom Herrn Wrabetz offenbar einen unbefristeten Stellvertretervertrag bekommen hat. Glauben Sie, dass das alles geht, ohne dass da irgendwo politisch gebackelt wird? Die halten die Leute ja für blöd. Und dann regt man sich über jemanden auf, der da irgendwo ein Fitnessprogramm macht. Jetzt werden die Herrschaften sagen, dass sie Distanz zu politischen Parteien halten und das auch im neuen Ethikkodex festgeschrieben ist. Die FPÖ spricht davon, dass sie im ORF ausmisten möchte. Halten Sie diese Wortwahl für adäquat? Das ist ein bisschen eine bildliche Sprache, aber ich glaube, es geht darum, dafür zu sorgen, dass man den öffentlich-rechtlichen Auftrag ernst nimmt. Es will niemand von der FPÖ eine Haus- und Hofberichterstattung. Das will keiner haben. Aber man kann auch nicht hergehen, vonseiten der politischen Gegner dann zu sagen, wir wollen den ORF in FPÖ-TV umbauen. FPÖ-TV hat keinen öffentlich-rechtlichen Gesetzesauftrag, der zu erfüllen ist, aber der ORF hat ihn. Und den sicherzustellen, das ist die Aufgabe der Politik. Das ist zu machen. Und das, was dort getrieben wird, ist ganz was anderes. Herr Kruppmann, jetzt haben wir lange Zeit über den ORF eigentlich gesprochen. Kommen wir vielleicht zu Ihrer eigenen Partei, der FPÖ. In einer aktuellen Umfrage von Unique Research für heute führen Sie derzeit das Ranking deutlich an mit 30 Prozent und haben mittlerweile neun Prozent Vorsprung auf Ihre Mitbewerber. Wenn die FPÖ im September die Nationalratswahl gewinnt, werden Sie dann den Führungsanspruch im Land stellen? Also, wir sind ja alle überzeugte Demokraten. Und das Herzstück einer Demokratie ist die Wahl. Und es gibt bei uns ganz, ganz klare Regeln, welche Parteien und welche Kandidaten zu einer solchen Wahl zugelassen sind. Und wenn jetzt bei einer Wahl herauskommt, dass die Freiheitliche Partei, also eine solche Partei mit mir als Spitzenkandidat die meiste Zustimmung von den Wählern haben sollte, dann frage ich mich, warum sollte man dann nicht den Führungsanspruch stellen? Das ist nämlich demokratisch. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, zu sagen, wenn ich Zweiter oder Dritter werde, dann stelle ich den Führungsanspruch. Und ich bin aber der Einzige, der das in dieser Klarheit sagt. Alle anderen glauben, wenn sie Dritter werden, dann haben sie den Führungsanspruch und wenn sie Zweiter werden. Ja, wie verträgt sich das mit dem Sinn und Zweck einer Wahl? Die Wahl ist ja genau die Feststellung, wer hat am meisten Wählerzuspruch. Und es ist logischerweise derjenige, der damit auch den Wählerauftrag hat, den Versuch zu unternehmen, eine Regierung zu bilden. Bundespräsident Alexander van der Bellen pocht darauf, dass es ihm frei steht, welche Person er mit der Regierungsbildung beauftragt. Glauben Sie, bekommen Sie den Auftrag von ihm? Also erstens einmal, soll man mir mal die Passage in der in der österreichischen Bundesverfassung zeigen, wo etwas von einem Regierungsbildungsauftrag drinnen steht. Das ist ein Stück österreichische Tradition, dass der Bundespräsident das ausspricht. Das ist aber gesetzlich überhaupt gar nicht geregelt. Das ist einmal so, fängt das Ganze einmal an. Und das Nächste ist, ich habe es Ihnen ja gerade vorher erklärt, wenn es so sein sollte. Und wir werden uns darum bemühen und wir werden versuchen, dieses Vertrauen bei der Bevölkerung zu gewinnen und umzusetzen bei den Wahlen. Aber wenn es so ist, dass die freiheitliche Partei die stärkste Partei ist, wenn das die Messung, die demokratische, im Herzstück der Demokratie so ergibt, dann sagen Sie mir bitte ein Argument, warum der Bundespräsident hergehen soll und sagt, aber den Ersten nehme ich nicht, sondern ich nehme den Dritten oder den Zweiten oder den Schwächsten oder wen auch immer. Das ist Willkür. Das ist Willkür. Und das ist auch im Übrigen ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz, der in unserer Verfassung, deren Schönheit ja der Präsident immer lobt, festgeschrieben ist. Artikel 7, das wäre eine Ungleichbehandlung der Wähler der freiheitlichen Partei gegenüber Wählern der anderen Partei. Das ist Willkür und unsere Verfassung ist quasi als Gegenmodell zur Verfassung der Monarchie, die in unserer Geschichte vorher liegt, gebaut worden. Und alles, was diese Verfassung festschreibt, ist quasi ein Gegenmodell zur Willkür des Monarchen. Also der Bundespräsident ist kein Reservekaiser, sondern die Grundsätze der Verfassung, zum Beispiel das demokratische Prinzip, woraus hier die Bedeutung der Wahlen hervorgeht und diese Frage auch des Verbots der Ungleichbehandlung, alles das ist etwas, woran der Bundespräsident gebunden ist. Wenn er etwas anderes macht, dann stellt er sich außerhalb des Verfassungsbogens. Würden Sie sich als untadelige Person bezeichnen? Werfen Sie mir irgendetwas vor. Ich werfe Ihnen gar nichts vor. Na bitte. Sie sagen es nicht. Ich habe ja den Bundespräsidenten auch einmal gefragt, was er gegen mich hat, und er hat mir keine Antwort geben können. Er hat sich dann ausgehört auf den Kurz und gesagt, der Kurz war es nicht, weil der Kurz hat mich ja vorgeschlagen zur Entlassung und er hat das quasi vollziehen müssen. Aber der Kurz hat ja auch keine vernünftige Erklärung geliefert. Das ist ja das Problem. Das, was er da in der Öffentlichkeit abgesondert hat, das hält ja in der Prüfung nicht stand. Und so, wie es wirklich war, hat er es nicht sagen können. Dass die FPÖ eine zu erfolgreiche Asylpolitik gemacht hat, das hat der ÖVP natürlich nicht gepasst. Dass die ÖVP für ihr Machtdreieck, für dieses Bermuda-Dreieck, in dem die Republik korruptiv zu versinken droht, neben dem Finanzministerium, das Justizministerium und das Innenministerium braucht. Wenn man die drei hat, dann ist man ein geschlossenes System. Das ist ja das Leiden, das diese Republik hat und das auch einmal aufgebrochen gehört. Das waren ja die Gründe. Das hat er nicht laut sagen können, also hat er was anderes vorgeschoben. Und ich habe den Bundespräsidenten gefragt, Herr Bundespräsident, was ist, habe ich vielleicht zu wenig Ermittlungsverfahren. Hat er Ihnen eine Antwort gegeben? Ich habe nämlich gar keins. Und er hat mir keine Antwort gegeben. Er hat dann einmal das Gespräch in einem anderen Themenbereich weitergeführt und am Ende hat er dann gesagt, jetzt fällt ihm etwas ein. Und dann habe ich gesagt, und das wäre. Und der Bundespräsident hat gesagt, naja, immer wenn wir zwei miteinander reden, und das kommt ja hin und wieder vor, dann hat er dann den Eindruck, dass er am Ende mir mehr entgegenkommt in der Argumentation als ich ihm. Dann habe ich gesagt, Herr Bundespräsident, das könnte auch daran liegen, dass ich die besseren Argumente habe. Dann hat er geantwortet? Das war es dann. Das war es dann. Gehen Sie davon aus, dass Sie Bundeskanzler in diesem Land werden? Nein, das wäre vermessen. Aber ich habe es als Ziel. Und ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist. Sorkal Popper, ein großer österreichischer Philosoph, hat gesagt, der Vorzug der Demokratie ist, dass sie ihre Fehler beheben kann. Und er hat damit gemeint, dass man Leute, die politisch Fehler gemacht haben, ich würde es jetzt ein bisschen drastischer formulieren, wenn ich mir die Handelnden anschaue, die versagt haben in allen wesentlichen Bereichen, dass man die abwählen kann. Und die Wähler haben eine unglaubliche Macht und haben aber auch eine unglaubliche Verantwortung. Und die Entscheidungsfrage bei diesen Nationalratswahlen wird sein, soll alles so weitergehen wie bisher? Das ist das, was jetzt diese von mir als Einheitspartei bezeichnete Ansammlung von Schwarz und Rot und Grün und Rosarot. Was die sich untereinander auspackeln wollen, vielleicht sogar mit kupplerischer Unterstützung des Bundespräsidenten. Oder soll es einen Systemwechsel geben? Das ist das, was ich mit der Bezeichnung Volkskanzler immer auf den Punkt bringe. Nämlich eine Hinwendung der Politik an die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung. Politik für die eigenen Leute und nicht dagegen. Eine Rückankoppelung der politischen Entscheidungen an den Souverän, an den Volkswillen. Das ist im Übrigen der Artikel 1 der österreichischen Bundesverfassung, von dem die anderen vielleicht an einem Feiertag noch etwas daherreden, den sie aber weder im Herzen noch im Hirn haben. Herr Kicklern, wen haben Sie gedacht, dass Sie den Begriff Volkskanzler ersonnen haben? Ja, der Volkskanzler ist entstanden als Antithese oder eigentlich, muss man sagen, als Überwindung zum Systemkanzler. Und das, was wir jetzt erlebt haben, das sind Systemkanzler. Herr Nehammer, ist das hier ein Systemkanzler? Natürlich ist das in Reinkultur. Systemkanzler sind Politiker, die bei der Wahl antreten und den Menschen eine Verbesserung und eine Veränderung versprechen und kaum ist die Wahl vorbei, sich nicht mehr um die Bedürfnisse der Menschen kümmern, sondern sozusagen versuchen, sich in diesem System zu etablieren, zu arrangieren, es jedem Recht zu machen. Und zu diesem System gehört zum Beispiel die Europäische Union, wo man ja nicht irgendwo anecken will, wo man keinen Konflikt gehen will und so weiter. Und dafür ist man bereit, die eigene Bevölkerung zu verraten. Und der Volkskanzler ist die Antithese. Volkskanzler heißt nichts anderes und das ist auch genau diese Zusammensetzung im Wort. Zuerst das Volk und dann der Kanzler. Das ist das, was wir brauchen, weil die Leute das Gefühl haben, sie müssen alles ausbaden und das Gefühl täuscht sich nicht. Sie müssen alles erdulden, sie müssen alles finanzieren, sie müssen alles über sich ergehen lassen, was irgendjemand über ihre Köpfe hinweg entscheidet. Die Leute werden ja nicht mehr gefragt, weder bei Corona, bei den Lockdowns, noch bei diesen Sanktionen, noch beim Bruch der Neutralität, noch bei Sky Shield oder sonst irgendetwas. Das sind fundamentale Entscheidungen, die in den unmittelbaren Lebensbereich eines jeden eingreifen und keiner wird gefragt. Das ist eine Zwangsbeglückung von oben. Das will ich umtreten. Alle anderen Parteichefs haben mittlerweile ausgeschlossen, mit Ihnen in eine Koalition eintreten zu wollen. Jetzt frage ich Sie, wenn Sie die Wahl gewinnen, würden Sie notfalls auch als Vizekanzler unter Blau-Schwarz oder Schwarz-Blau in dem Fall zur Verfügung stehen, um Schwarz-Rot-Grün-Neos, was auch immer, zu verhindern? Ich glaube, das bringen wir schon an, dass auch durch, dass wenn man die Wahl gewinnt, dass es dann einen freiheitlichen Volkskanzler geben wird. Das ist dann die normative Kraft des Faktischen. Denn wenn jemand die Wahl gewinnt, dann sind andere automatisch die Verlierer. Und das wäre jetzt das erste Mal, dass die Verlierer große Forderungen stellen können. Stellen Sie sich einmal vor, im Jahr 2017 wäre HC Strache hergegangen und hätte gesagt zur ÖVP, also lieber Sebastian Kurz, du hast zwar die Wahl gewonnen, aber Bundeskanzler kannst du nicht werden, das will ich werden. Das ist ja verrückt. Das ist einfach verrückt. Ja. Sie glauben, dass in der ÖVP dann eine andere Denkschule einsetzen wird nach der Wahl? Ja, wenn die ÖVP die Wahlen verliert, dann hat das wahrscheinlich einige Ursachen. Und diese Ursachen kann man ja nennen. Das ist dann eine falsche Strategie, ein falscher Inhalt und eine falsche Spitzenpersönlichkeit. Und das habe ich in vielen Jahren der Politik gelernt, dass das dann meistens auch zu Veränderungen führt. Also die, die jetzt den Mund so vollnehmen, werden wahrscheinlich nicht mehr diejenigen sein nach einer solchen Niederlage, wenn es denn so kommt, die dann auch tatsächlich die großen Ansprüche stellen. Und in Richtung ÖVP sage ich Ihnen noch etwas. Das ist für mich sehr interessant. Wenn die ÖVP sagt, dass sie nicht mit der FPÖ koalieren will, dann bedeutet das ja, dass sie im Grunde genommen kein Interesse hat an einem Großteil oder an einer Umsetzung des Großteils ihrer Inhalte. Weil vieles von dem, was Nehammer da in seinem Österreich-Plan hineingeschrieben hat, ja, in Wahrheit eigentlich nur umsetzbar ist mit der Freiheitlichen Partei. Und jetzt geht derselbe Nehammer her und sagt, nein, aber mit der Freiheitlichen Partei wollen wir das nicht, sondern das wollen wir umsetzen mit der SPÖ und mit den Neos und vielleicht mit den Grünen. Das ist ja verrückt. Die ÖVP, die jetzt 37 Prozent in einer Koalition hat und einen linken Minderheitspartner mit 14 Prozent und sie nicht durchsetzen kann, die will jetzt der Bevölkerung erklären. Aber dann, wenn wir 20 Prozent haben bei der nächsten Wahl oder 21 und dann so ein komisches Gebilde einer Austrohampel zusammenbauen, wo dann in der Koalition die Linken die Mehrheit haben, dann werden wir das alles umsetzen. Eine strenge Asylpolitik, eine Reduktion der Steuern. Also was weiß ich, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Die halten die Leute für blöd. Die ÖVP hat zuletzt in der Öffentlichkeit über Leitkultur diskutiert. Finden Sie die Kampagne gelungen? Also man weiß ja schon gar nicht mehr, welche die aktuelle Kampagne der ÖVP ist, weil sie jede Woche irgendetwas Neues startet und nicht so richtig funktioniert. Und ich werde Ihnen auch sagen, warum. Weil die Menschen spüren, dass das alles nicht echt ist, dass das alles nicht ehrlich ist, dass das alles hohl ist. Und deswegen wird ihnen das nichts nutzen. Es ist egal, ob die Herrschaften über Normal reden, über die Mitte reden oder über die Leitkultur. Das fundamentale Problem der österreichischen Volkspartei ist, dass ihnen kein Mensch mehr etwas glaubt. Und der Mensch lernt durch Erfahrung. Und was haben wir denn gelernt? Was haben die Österreicher gelernt durch Erfahrung? Wenn die ÖVP sagt, es wird keine Impfpflicht geben, dann kommt sie garantiert. Wenn die ÖVP sagt, sie schützt die Neutralität, dann wird die Neutralität zum Teufel gejagt. Wenn die ÖVP sagt, man will der österreichischen Wirtschaft etwas Gutes tun, dann treibt man das Land in einem Wirtschaftskrieg. Und wenn die ÖVP-Minister unterschreiben mit ihrer Unterschrift der Bevölkerung hoch und heilig versprechen, dass sie nicht mehr da sind. Wenn kurz nicht da ist, dann picken sie bis heute in ihren Sesseln. Die Glaubwürdigkeit ist ruiniert. Da können die sagen, was sie wollen. Was gehört für Sie in wenigen Worten zur österreichischen Leitkultur? Also ich glaube, dass es einmal ganz wichtig ist, logischerweise die deutsche Sprache ins Zentrum zu stellen, aber natürlich auch unsere Art zu leben. Das sind unsere Traditionen, das sind unsere Bräuche. Und das ist etwas, sozusagen ein Lebensmodell, das sich aus einer christlich-abendländischen Tradition inklusive der Aufklärung herleitet. Das bedeutet jetzt nicht ein religiöses Leben, das ist nicht gemeint. Aber der Stellenwert des Individuums ist im Christentum zum Beispiel ein ganz anderer als in anderen Religionen. Zur Leitkultur gehört auch, dass die Freiheit, sich zu Gott zu entscheiden, also gläubig zu sein, auch verbunden ist mit der Freiheit zu sagen, nein, ich will das nicht. Das sind so Bestandteile. Glauben Sie an Gott? Ich glaube an Gott. An den Christlichen, nicht an irgendeinen. Nicht an einen Pagework-Gott. Die ÖVP sieht sich als die Mitte, ist eine der Kampagnen, die Sie angesprochen haben, die zuletzt affichiert wurde. Wie viele Meter rechts der Mitte stehen Sie dann? Schauen Sie, wenn die ÖVP sagt, sie ist die Mitte, dann ist das ein leeres, ein hohles Wort. Weil alles das, was man in der Zwischenzeit als rechts- oder als rechtsextrem punziert, eigentlich dasjenige ist, was die Mehrheit der Bevölkerung da draußen sagt. Also wenn man heute für eine restriktive Asylpolitik ist, dann wird man von der ÖVP geschimpfen als rechtsextrem. Aber das ist eigentlich die Position, die normal ist. Und in der politischen Welt der ÖVP, in dem, wo sie jeden Tag lebt, ist Mitte ein leeres Wort. Es hat keinen Sinn und es hat keine Bedeutung. Weil die ganze Politik, die die ÖVP macht, zum Beispiel gesellschaftspolitisch eine linke Politik ist, die sind ja überall dabei, mit bei diesem Gender-Umfug, bei diesem Regenbogen-Kult, der da getrieben wird. Überall sind Sie mit dabei und haben das gemeinsam mit den Grünen vorangetrieben. Was soll denn da die Mitte sein? Sind Sie Mitte? Also ich glaube, ich bin der einzige Normaler in dieser Politik, in dieser Welt von lauter Systemlingen. Kommen wir zum Thema Migration. Sie haben es jetzt eben schon angerissen. Wo liegt Ihre Obergrenze an jährlichen Asylanträgen? Ich habe das schon ein paar Mal gesagt und ich wechsle ja nicht so wie andere alle 14 Tage meine Meinung. Sondern wenn ich etwas sage, dann bleibe ich dabei. Die Obergrenze ist null. Das ist ganz einfach, weil Österreich in der Vergangenheit, ich habe das selbst erlebt, dass Innenminister eine unglaubliche Belastung aufgrund des ÖVP-Versagens in den Jahren 15 und 16 zu tragen hatte. Und das ist ja nicht besser geworden mit Nehammer und Karner, sondern schlechter geworden. Die Zollen sind ja katastrophal, die die vorzuweisen haben. Aber was machen Sie dann mit den Flüchtlingen, die in der Grenze stehen? Es geht einfach nur um einen Gesamtüberblick, damit man mal sieht, wer in diesem Land eigentlich dafür gekämpft hat, dass die Zollen nach unten gehen. Und das war ein freiheitlicher Innenminister, weil so niedrig waren die Zollen nie. Was die neue Anträge betrifft, wie in meiner Zeit als Innenminister. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. So, und wenn man mich dafür kritisiert, dass man sagt, das geht dann nicht mit dieser Null-Obergrenze, dann muss man SPÖ und ÖVP fragen, warum man dann im Jahr 2016 alle Regierungsmitglieder einer rot-schwarzen Regierung und alle roten und schwarzen Landeshauptleute und andere gibt es nicht, ja. Eine Obergrenze festgelegt haben von 37.500, dann 35.030, 25.000, keine einzige haben sich eingehalten. Ich habe es eingehalten, ja. Was heißt das dann? Das heißt, dass der 37.501. Er bekommt kein Asylverfahren. nicht mehr einen Asylantrag stellen kann. Und bei mir ist die Zahl einfach eine andere. Bei mir ist es der erste und nicht der 37.501. Das ist der Unterschied. Das heißt, bei Ihnen bekommt niemand mehr ein Asylverfahren in Österreich? Ich würde keinen Asylantrag mehr zulassen, ganz einfach deshalb, weil Österreich von sicheren Staaten umgeben ist. Und Österreich hat hier, ich sage einmal so, für Flüchtlinge, für Völkerwanderer, das ist es ja meistens, aus Afrika, aus Afghanistan und aus Syrien keine Zuständigkeit. Wir waren zuständig, als in Ungarn die Sowjetpanzer eingerollt sind. Wir waren zuständig, als das Ganze in der Tschechoslowakei passiert ist. Wir waren zuständig, als in Polen ein Volksaufstand niedergeschlagen wurde. Das ist die europäische Zuständigkeit. Die Leute sind auch nicht nach Afghanistan oder nach Syrien geflohen. Aber Viktor Arban nimmt diese Flüchtlinge auch nicht auf. Ja, und wenn wir es auch nicht machen und wenn die Tschechen das nicht machen und die Polen das nicht machen, und ich weiß, dass die uns da mentalitätsmäßig sehr nahe sind, das weiß ich aus meiner Zeit als Innenminister, dann wird das zu einem Umdenken in der Europäischen Union führen. Und dann wird endlich diese Frage des effektiven Grenzschutzes angegangen werden, weil dann wird die Frage, wo sozusagen der Asylantrag zu stellen ist, dann dort behandelt, wo er wirklich hingehört an der Außengrenze. Und da sage ich auch noch etwas dazu. Auch dort würde ich nur Leute einen Asylantrag stellen lassen, die aus einem unmittelbaren Nachbarland fliegen. Und nicht wieder welche, die über hunderte oder tausende Kilometer von der organisierten Kriminalität, weil das sind die Schlepper, dort hingebracht werden. Das ist das eine. Und das zweite, was man tun muss, und dafür habe ich auch schon als Innenminister gekämpft und bin von der ÖVP bekämpft worden, das ist, den Asylstandort Österreich zu deattraktivieren. Wir sind ja deswegen mit solchen Zahlen konfrontiert, weil es den Leuten hier viel besser geht als irgendwo anders in Europa. Wenn Sie heute ein Asylverfahren durchlaufen haben, dann dürfen Sie automatisch die Mindestsicherung kassieren. Ja, hallo, die Mindestsicherung ist nicht dafür gemacht worden, aber heute kassieren 55 Prozent der Mindestsicherungsbezieher oder die 55 Prozent, die das kassieren, sind keine Österreicher und der Großteil der Nicht-Österreicher sind Asylberechtigte. Das ist eine Völkerwanderungssicherung und keine Österreichersicherung mehr. Und das ist alles Politik gegen die eigene Bevölkerung. Das wollen die Leute nicht und deswegen muss man das gerade sehen. Jetzt habe ich verstanden, also wenn Sie Bundeskanzler wären, würden Sie quasi die Asylanträge nicht mehr annehmen. Aber, Herr Kickl, das ist auch jetzt offenkundig, es gibt auch Integrationsprobleme mit Menschen, die sich bereits im Land befinden. Das haben die Gewalttaten zuletzt den Favoriten, glaube ich, allen vor Augen geführt. Wie soll man mit diesen Menschen umgehen, mit Menschen, die unsere Werte nicht teilen, die Sie vorhin auch für sich definiert haben? Alles das ist ein laufender Prozess. Und wir haben leider durch eine vollkommen falsche, eigentlich willkürliche Asyl-Zuwanderungspolitik, das ist ja alles miteinander vermischt worden. Durch eine Politik, das laissez-faire, viele, viele Probleme im Land. Was macht man jetzt als verantwortungsvoller Politiker? Das Erste ist, man versucht einmal die Ursache abzustellen. Und deswegen bin ich auf dieser Nullquote. Weil wir sind uns alle einig, wenn wir diese Menschen nicht im Land hätten, dann könnten sie auch keine Straftaten begehen. Also muss ich verhindern, dass neue Menschen aus dieser Gruppe, die völlig anders sozialisiert sind, ein völlig anderes Gesellschaftsbild haben, von Demokratie nichts wissen wollen, was weiß ich, was Gewalt als legitimes Mittel der Auseinandersetzung interpretieren, dass die nicht weiter ins Land kommen. Und was die anderen betrifft, da wird uns nichts anderes überbleiben, als diese Leute entsprechend zu strafen und aus dem Verkehr zu ziehen. Das sind wir der eigenen Bevölkerung schuldig. Und da nehme ich keine Rücksicht drauf, ob da jemand jünger ist als 14 Jahre. Würden Sie nach Afghanistan abschieben? Ja, selbstverständlich. Wir haben das auch versucht, was zu einem Riesenaufschrei von allen NGOs und der Omas gegen rechts und wie die alle heißen. Und was das bedeutet. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass jemand, wenn er in Österreich ein Kapitalverbrechen begeht, als Afghane, durch dieses Kapitalverbrechen die Garantie hat, dass er nicht mehr abgeschoben werden kann. Er wird dann inhaftiert. Ja, er wird dann inhaftiert. Und wenn er dann aus der Haft herauskommt, dann landet er in der Mindestsicherung. Oder in einer anderen Form der sozialen Grundversorgung. Das heißt, die Straftat ist de facto eine Aufenthaltsgarantie in Österreich inklusive sozialer Absicherung. Und wenn wir Regeln haben, die das ermöglichen, dann muss ich wirklich sagen, dann ist mir vollkommen verständlich, warum die Leute sagen, Hallo, das ist genau das Verkehrte. Das wollen wir nicht. Hier werden die Falschen geschützt und das System gehört geändert. Und das meine ich mit diesem Systemwechsel, mit dem Perspektivenwechsel auch im Asylbereich. Und da muss man sich halt auf die Hinterfüße stellen, auch gegenüber der Europäischen Union. Wer sagt denn, dass Österreich zum Beispiel nicht versuchen kann, eine Opting-Out-Option im gesamten Asylbereich zu haben? Dann können wir auch in andere Länder abschieben. Dann können wir auch nach Ruanda abschieben, wenn uns das gelingt. Und wir haben eine starke Position, weil wir Nettozahler sind. Also die Dänen machen das ja deshalb, weil sie so gescheit waren, bei ihren Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union, im Asylbereich eine Opting-Out-Option zu haben. Die Österreicher haben das wie immer verschlafen. Aber so etwas könnte man zum Beispiel auch nachholen. Das holländische Parlament hat jetzt einen Beschluss gefasst, wo eine Regierung, die dann beauftragt wird, mit der Europäischen Union genau solche Verhandlungen über solches Opting-Out aufzunehmen. Das wäre zum Beispiel ein Modell. Herr Kickel, kurz gefragt, soll das Wahlrecht ein Staatsbürgerrecht bleiben? Ja, selbstverständlich. Was glauben Sie denn sonst? Das ist ja selbstverständlich. Und ich würde da noch weitergehen, dass man sagt, die Staatsbürgerschaftsanforderungen gehören verschärft. Das ist ja kein Diskontartikel, sondern da gehört ja mehr als irgendwo ein Wohnsitz dazu. Sondern da braucht es eine positive Identifikation mit der Gesellschaft. Da braucht es eine Selbsterhaltungsfähigkeit desjenigen, der da Österreicher werden will. Und selbsterhaltungsfähig ist nicht, wer die Mindestsicherung kassiert. 32-Stunden-Woche, ja oder nein? Nein, das ist ja ein... Stellen Sie sich das einmal vor im Gesundheitsbereich zum Beispiel, im Pflegebereich. Jetzt haben wir schon kein Personal mehr. Ja, dann reduzieren Sie das noch einmal runter. Oder bei der Polizei, der Polizist arbeitet nur noch 32 Stunden, da bricht das ganze System zusammen. So etwas kann einem nur einfallen als Bürgermeister in Dreiskirchen, wo man auf einem sicheren Salär sitzt und am Vormittag ist man Bürgermeister und am Nachmittag ist man sein eigener Pressesprecher und dann habe ich zwei, zwei mal 30 Stunden Jobs. Das ist das Babler-Modell. Das ist gemeingefährlich, was man da vorhat. Das bringt die Unternehmen um. Die haben jetzt schon zu wenig Leute. Dann sollen die, die sind, weniger arbeiten, aber gleich viel bekommen. Und wo kriegen Sie dann die anderen Arbeitskräfte her? Und die müssen Sie dann auch noch zahlen. Das sollen uns diese weltfremden Träumer einmal vorrechnen. Am Wochenende, Herr Klubobmann, bekommt es 26 Grad im Osten Österreichs. Ist das für Sie der Beweis für den Klimawandel? Ich habe den Klimawandel nie bestritten. Das werden Sie von mir nicht hören. Das ganze Klima ist ein Wandel. Das Einzige, was ich bestritten habe oder wo ich meine Zweifel habe, ist, dass dieses Modell, das man da jetzt Land auf, Land ab, in allen Kanälen wie ein Mantra propagiert, dass das stimmt, dass nämlich die einzige Ursache, die einzige Ursache, und das ist das, was der Weltklimarat sagt, für den Klimawandel, dass menschenverursachte CO2 ist. Das ist das, wo ich skeptisch bin, weil es nämlich viele, viele wissenschaftliche Positionen gibt, die das bestreiten. Das sind dann halt jetzt auch die Schwurbler, so wie bei Corona, die Schwurbler waren, die andere Meinung gehabt haben und die jetzt recht bekommen, wie man sieht, bei den RKI-Protokollen und, und, und. Das ist dasjenige, wo ich skeptisch bin, weil diese Theorie hat einen großen Nachteil. Das funktioniert nur nach vorne, das funktioniert nicht nach hinten. Aber in der Naturwissenschaft müsste es eigentlich immer funktionieren. Also auch nach hinten. Aber CO2-Ausstoß durch den Menschen gibt es vor der Phase der Industrialisierung nicht. Und trotzdem hat es Eiszeiten gegeben und trotzdem hat es Wärmephasen gegeben. Es hat Phasen gegeben, da war es mindestens so warm in der jüngeren Geschichte. Und jeder von uns, der zu einem Badesee fährt, weiß, dass dieser Badesee früher ein Gletscher war. Also muss es irgendwann einmal sehr kalt gewesen sein. Und irgendwann einmal muss es so warm gewesen sein, dass diese Gletscher sich zurückgezogen haben und dazu noch kein Menschen verursacht, das CO2 gegeben hat. Macht Ihnen das Sorgen, dieser Wandel? Also ich glaube, dass der Wandel dazugehört. Die Erde war in ihrer Geschichte mit Wasser bedeckt und das so warm war wie, weiß ich nicht, wie in einem Swimmingpool, wo die Sonne draufknallt. Und es hat Phasen in der Erdgeschichte gegeben, da war die Erde eine Eiskugel. Also wer definiert, dass das Klima, so wie wir es um 1870 hatten, das ist ja der Messpunkt für alle diese Temperaturveränderungen, dass das der Normzustand des Klimas ist. Wer sagt das? Herr Kickl, sind Sie dafür, wie vom Papst gefordert, dass es zu Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland kommt? Ich denke, dass dieser Krieg, je länger er dauert, nur eine Fortsetzung eines vollkommen sinnlosen Blutvergießens ist. Und wir dürfen nicht vergessen, der Krieg ist ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern der Krieg hat politische Ursachen. Jetzt gibt es verschiedene Interpretationen über die Ursachen. Aber das heißt auch, dass der Krieg eine politische Lösung brauchen wird. Hier davon zu träumen, dass die Entscheidung am Schlachtfeld fallen wird, halte ich für eine Illusion. Und mir hat auch noch niemand erklären können, wo das Ganze dann enden soll. Also jetzt muss die Ukraine am Schlachtfeld gewinnen. Glauben Sie wirklich, dass Russland die Krim hergibt? Diesen wichtigen Flottenstützpunkt und Zugang zum Schwarzen Meer. Bevor das passiert, glaube ich, ist damit zu rechnen, dass vielleicht dann doch noch jemand auf die Idee kommt, irgendwo einen atomaren Sprengsatz zu zünden. Will man Russland total destabilisieren? Was soll dann danach kommen? Was soll dann danach kommen? Irgendein Verrückter in Russland, der dann... Dass die glauben nicht, dass man mit harten Sanktionen Russland in die Knie zwingen kann. Ja, da sehen wir doch, dass das nicht funktioniert. Das ist ja das Problem. Zahlreiche EU... Schauen Sie sich unsere Inflation an, schauen Sie sich die Wirtschaftsentwicklung an, schauen Sie sich die Preisbelastung an. Das ist ja alles eine unmittelbare Folge dieser Knieschusssanktionen. Die Russen haben angestellt auf Kriegswirtschaft. Außer Minister Schallenberg sagt, die Sanktionen wirken. Ja, da bei uns. Sie werden schon wirken, ja. Aber sie wirken mindestens genauso sehr. Und da gibt es ja viele Schwarze. Ich glaube, der Wirtschaftskammerpräsident hat das ja gesagt. Mara hat gesagt, die sind nur mit einer Gehirnhälfte gedacht. Weil das ist eine Art Selbstmordattentat auch auf die eigene Wirtschaft. Und es führt uns nicht aus diesem Krieg heraus. Ist Putin destabilisiert? Nein. Ist die russische Militärmaschinerie zusammengebrochen? Nein. Hat die Ukraine jetzt irgendwo am Schlachtfeld irgendwelche großen Erfolge erzielt? Nein. Ist der Absatzmarkt für russisches Gas und russisches Öl zurückgegangen? Nein. Also Sie können das. Die Amerikaner sind die nächste Komponente. Die wollen ja auch nichts mehr zahlen. Ist auf die Amerikaner bei den Sanktionen Verlass? Wollen die weiter Geld in die Ukraine pumpen? Nein. So, was bleibt am Ende über? Ein Knieschuss für die europäische Wirtschaft, für die österreichische Wirtschaft, weil wir halt mehr als andere Länder mit Russland verbunden sind. Und die Weltpolitik ist kein Wunschkonzert, sondern die Weltpolitik ist Interessenspolitik. Die Amerikaner machen ihre Interessenspolitik. Die Briten machen ihre Interessenspolitik. Nur wir machen keine Politik für unsere eigenen Interessen. Würden Sie für friedenssichernde Maßnahmen das österreichische Bundesheer in die Ukraine entsenden? Also eine friedenssichernde Maßnahme könnte ja nur dann sein, dass es einen Auftrag der Vereinten Nationen gibt, zum Beispiel. Es wäre durchaus eine Möglichkeit, bei einem UNO-Mandat hier auch entsprechend sich zu beteiligen. Aber mir ist viel wichtiger, dass man zu einer friedlichen Lösung kommt. Und da muss man nicht bei Null anfangen. Da hat es diesen Friedensprozess ja auch schon gegeben in Istanbul. Sie werden das kennen, diese Verhandlungen, wo man aus meiner Sicht eine sehr vernünftige Lösung gefunden hat, wo die Russen gesagt haben, sie ziehen sich zurück auf die Positionen, die sie vor diesem Angriff auf die Ukraine eingenommen haben. Im Gegenzug verzichtet die Ukraine auf einen NATO-Beitritt. Es wird kein fremdes Militär auf dem Gebiet der Ukraine stationiert. Das heißt nichts anderes, als dass die Ukraine einen neutralen Status bekommt, so wie in Österreich nach dem Krieg dann auch bekommen hat. Für uns war das der Schritt in die Freiheit. Das wollen wir mal nicht vergessen. Und ein weiterer Teil war, dass die Vereinten oder Staaten, die im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sind, eine Art Schutzmachtfunktion für die Ukraine ausüben. Und weil es ein heikles Thema ist, die Frage der Krim, hat man gesagt, das vertagen wir einmal mindestens 15 Jahre, vielleicht sogar 100 Jahre. Da sollen dann andere Generationen in einer entspannteren Phase vielleicht darüber entscheiden, wie es dort weitergeht. Vielleicht gibt es ja auch einen gemeinsamen Weg. Aber das Schlimmste ist, die jungen Leute jetzt zu verheizen und dann am Ende dazustehen und so sagen, ja und für was war das jetzt? Es hat sich nichts bewegt, nur aber tausende Leute sind gestorben. Das ganze Land ist zerbombt und wir haben auch noch hier Folgeschäden, die die Leute jeden Tag beim Einkaufen spüren. Herr Klubobmann, wir sind fast am Ende unserer Zeit. Ich würde Sie aber noch gerne fragen und bitte um eine kurze Antwort. Sie plädieren dafür, dass auch in Österreich die Corona-Protokolle wie vom Robert-Koch-Institut in Deutschland offengelegt werden. Sehr viele von denen gibt es schon öffentlich. Was erwarten Sie sich für neue Erkenntnisse? Es gibt gerade ein paar Seiten. Das ist das, was der Herr Dürr, glaube ich, öffentlich gemacht hat. Viel mehr gibt es nicht. Ich glaube, dass, weil ja die Corona-Politik in Österreich auch Bezug genommen hat auf das RKI, dass wir dort viele interessante Auskünfte bekommen werden, dahingehend, dass die Aussagen von Nehammer und der Regierung bei dieser Corona-Aufarbeitung nicht stimmen. Die zentrale Aussage war, wir haben es damals nicht besser gewusst. Das ist eine große Lüge. Und aus den RKI-Protokollen in Deutschland geht jetzt schon hervor, dass man damals natürlich gewusst hat, dass die Masken nichts bringen in der Massenanwendung. Man hat damals gewusst, dass die Lockdowns kontraproduktiv sind. Das heißt, diese zentralen Lügen der Bevölkerung sind sozusagen aufgedeckt worden durch diese Protokolle. Das Gleiche erwarte ich mir in Österreich. Und man wird auch sehen, dass die Politik wahrscheinlich die treibende Kraft hinter der Panikmache gewesen ist, dass man sagt, die Leute sollen sich möglichst viel fürchten. Wir reden etwas daher von Überbelegungen in den Spitälern und, und, und. Und wir werden darauf kommen, dass die Fakten eine andere Sprache sprechen. Und deswegen wehrt man sich auch mit Händen und Füßen gegen diese Vereinbarung. Auch was im Übrigen die Wirkung und Nebenwirkung der Impfung betrifft, hat man ja auch alles gewusst, dass das nicht so ist. Und die Österreicher haben es an die Spitze getrieben. Abschließend, Sie sprechen sich immer gegen Mauschelei, gegen Postenschacher, gegen Absprachen in irgendwelchen Machtzirkeln aus. Jetzt wurden Chatnachrichten veröffentlicht, wo Sie sich in Ihrer Zeit als Innenminister bei Ihrem damaligen Parteichef Heinz-Christian Strache. Sie haben sich verwehrt dagegen, dass Franz Popp der Wunsch der niederrücklichen Landeshauptfrau Landespolizeidirektor werden soll. Sie haben gesagt, da gibt es auch noch ganz andere Möglichkeiten in dieser Landespolizeidirektion. Ist das nicht auch eine gewisse Art von Postenschacher, die die Freiheitliche Partei da betreiben wollte? Moment einmal, wenn Sie jetzt diesen Chat ordentlich rekapitulieren, dann werden Sie sehen, dass Herr Strache mich darauf aufmerksam macht. Dass es eine Intervention der niederösterreichischen Landeshauptfrau gibt. Der ja nachgeben wollte. Die unbedingt, die unbedingt den Herrn Popp als Landespolizeidirektor installieren will. Das ist einmal der Punkt eins. Die Initiative geht von dort aus. Der Punkt zwei ist, dass die niederösterreichische Landeshauptfrau und auch mein Vorgänger Wolfgang Sobotka im Innenministerium ganz genau gewusst haben. Das bestätigt übrigens auch das für die Beamten zuständige Vizekanzleramt, übrigens schon seit 2012, dass dafür ein abgeschlossenes Jus-Studium erforderlich ist. Und genau darauf weise ich hin. Ich bewege mich also zu 100 Prozent auf dem Boden der gesetzlichen Grundlagen. Das, was die Frau, das, was die Frau, Landeshauptfrau haben wollte, war, dass man quasi hier irgendwie ein bisschen einen Unterschleif macht, dass man von diesen strengen Regelungen und Erfordernissen, die einen Sinn haben vor dem Hintergrund des Aufgabenbereichs eines Landespolizeidirektors, dass man davon abgeht und halt den Parteisoldaten Popp dort installiert. Und das Ganze im Schnellschussverfahren. Nicht, dass sich vielleicht dann noch einer bewirbt, der dann doch ein abgeschlossenes Studium hat, weil das würde es offenbar verhindern. Hauptsache sozusagen die Landespolizeidirektion bleibt der verlängerte Arm der ÖVP Niederösterreich. Und dagegen habe ich mich gewehrt. Der Postenschacher ist nicht bei mir, sondern ich habe den Postenschacher verhindert. Herr Klubobmann, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. Herr Klubobmann, vielen Dank.